Wir haben heute den 26.06. Eine griechische Arbeitswoche ist im Schnitt dreieinhalb Stunden länger als in der EU. Dennoch kommt hier die Sechstagewoche. Gewerkschafter in Griechenland sprechen von moderner Sklaverei. Faul sollen sie sein, die Griechen. Ein Vorteil, das sich hartnäckig hält. Tatsächlich sind die Griechen die Arbeitsstunden-Champions der Europäischen Union. Eine typische Arbeitswoche in der EU hat durchschnittlich 37,5 Stunden. Die Griechen arbeiten 41 Stunden. Ausgerechnet für sie kommt aber jetzt die Sechstagewoche. Ab dem 1. Juli tritt ein Gesetz in Kraft, das griechischen Unternehmen erlaubt, einen zusätzlichen Acht-Stunden-Tag einzuplanen. Gleichzeitig experimentieren viele Länder in Europa mit der Viertagewoche bei gleichem Verdienst. In Belgien können Arbeitnehmer wählen, ihre Stunden auf vier Tage zu verteilen. Auch in Irland, Spanien oder Deutschland, übrigens 35,3 Stunden durchschnittlich Wochenarbeitszeit, gibt es bereits zahlreiche Unternehmen, die dieses Modell getestet oder bereits eingeführt haben. Das Gesetz über die Sechstagewoche der liberal-konservativen Regierungen von Ministerpräsident Mitsotakis ist der Versuch, die Wirtschaft durch eine größere Arbeitsflexibilität anzukurbeln. Es soll Unternehmen begünstigen, die im Dauerbetrieb arbeiten und etwa bei der Deckung der Wochenendschichten mit einem Personalproblem konfrontiert sind. Ausgenommen sind Beschäftigte im Hotel- und Gastronomiebetrieb. Arbeitnehmer erhalten für den sechsten Tag einen Zuschlag von 40% des Tageslohns und 115%, wenn es sich um einen Feiertag oder auch einen Sonntag handelt. Das Gesetz ermöglicht es Arbeitnehmern auch, neben ihrer Hauptbeschäftigung von 8 Stunden am Tag freiwillig einer Zweitbeschäftigung von 5 Stunden am Tag nachzugehen. Also einem entspannten 13-Stunden-Tag. Das ist ja nett. Wahnsinn. Als die Regierung das neue Gesetz im September 2023 mit knapper Mehrheit im Parlament verabschiedete, wurde das begleitet von Streiks in Athen, Patras Thessaloniki, ich glaube so heißt das, Arbeiter, Gewerkschaft und Kollektive, auch Ärzte, Krankenschwestern, gingen auf die Straße und hielten Banner mit der Aufschrift, wir werden nicht zu modernen Sklaven werden. Und der 8-Stunden-Tag war und wird eine Eroberung der Arbeiter sein. Die Geschäftswelt unterstützt die Einführung dieser Maßnahme, sagt Kelämis, Geschäftsführer der Deutsch-Griechischen Industrie- und Handelskammer. Er erwartet, dass Unternehmen mit einer hohen Arbeitsintensität so ihre Produktionspläne erfüllen, auch ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern werde. Diese Unternehmen werden ihre Bedürfnisse mit einer Sechstagewoche und ihrem vorhandenen Personal decken können, anstatt neue Mitarbeiter einzustellen. Während der griechischen Schuldenkrise hat die Regierung bereits Maßnahmen zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes umgesetzt. Viele Arbeitnehmer mussten Lohnkürzungen und eine verminderte Sozialversicherungsschutz hinnehmen. Die Regierungspartei Nea Demokratia hat zwar den Mindestlohn in den letzten Jahren schrittweise auf monatlich 830 Euro angehoben, Die Gehälter der Griechen liegen jedoch noch immer unter EU-Durchschnitt. Und wisst ihr, wer das eine sehr gute Idee fand? Wer hat sofort gesagt, das, was in Griechenland passiert, das brauchen wir auch in Bayern, äh Deutschland. In ganz Bayern, ganz Deutschland. Es ist Markus Söder. Markus Söder hat das gesehen mit seinem 80-prozentigen Abwesenheits aus seinen, naja sagen wir mal regulären Arbeit, hat er es gesehen und hat gesagt, ja, die Deutschen, die müssen jetzt eine Sechstagewoche haben. Natürlich. Unser Magus. Werkt, oh liked, soll gehen. Ein Like im Netz könnte genügen. Das Kabinett hat einem Entwurf von Innenministerin Faeser zugestimmt, nachdem Ausländer künftig schneller ausgewiesen werden können, wenn sie Error gut heißen. Die Linke zog Vergleiche zu autoritären Staaten. Die Ausländerbehörden der Bundesländer sollen Menschen, die terroristische Taten gutheißen, künftig leichter ausweisen und auch abschieben können. Ein entsprechender Entwurf von Innenministerin Nancy Faeser wurde vom Bundeskabinett gebilligt. Eine Ausweisung soll künftig bereits nach der Billigung einer einzelnen terroristischen Straftat möglich sein. Dazu zählt auch, einen entsprechenden Beitrag in sozialen Netzwerken mit einem Like zu versehen oder durch das Anklicken von Gefällt mir oder einen entsprechenden Kommentar zu markieren. Eine strafrechtliche Verurteilung sei dafür nicht erforderlich. Gut. Ich kann auch nichts mehr dazu sagen. Lesen wir weiter. Die Verherrlichung von Terrortaten durch Äußerungen etwa im Internet schüre auch, Zitat, ein Klima der Gewalt, das Extremisten zu neuen Gewalttagen animieren kann, begründet Ressort-Chefin Nancy Faeser die Gesetzverschärfung. Die Bundesregierung reagiert mit dem Vorstoß auf Hasspostings im Netz wie nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel oder dem tödlichen Messeangriff auf eine islamkritische Veranstaltung in Mannheim, bei dem ein Polizist von einem Afghanen getötet wurde. Zitat, wir werden hart gegen islamistischen und antisemitische Hasskriminalität im Netz vorgehen, erklärt die SPD-Politikerin Faeser. Also, sie gehen dagegen vor, ohne dass es einen strafrechtlichen Belang gibt. Das ist wichtig zu wissen, weil das haben wir gerade gelesen. Also, hier steht, eine strafrechtliche Verurteilung für das Umsetzen dieses Beschlusses ist nicht erforderlich. Wer keinen deutschen Pass hat und hier terroristische Taten verherrlicht, der muss, wo immer möglich, ausgewiesen, abgeschoben werden. Dafür sollte das Aufenthaltsgesetz so bald wie möglich angepasst werden. Vizekanzler Robert Habeck betont, der Islam gehöre zu Deutschland, Islamismus jedoch nicht. Das ist richtig. Es sei eine große Errungenschaft, dass verfolgte Menschen hierzulande Schutz finden können. Zitat, wer aber die liberale Grundordnung verhöhnte, indem er Terrorismus bejubelt, furchtbare Morde feiert, verwirkt sein Recht zu bleiben, erklärt der Grün-Politiker. Er schlug damit einen härteren Ton an als andere Mitglieder seiner Partei. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Bundesfraktion, Irene Mihalic, sagte, ob der Entwurf hilfreich sei, sei Gegenstand der Prüfung, die wir auch in der Fraktion vornehmen werden. Scharfe Kritik äußerte die rechtspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Clara Bünger. Zitat, dass geplant werde, Menschen gegen einen Post in den sozialen Medien auszuweisen, sei der vorläufige Höhepunkt einer besorgniserregenden Entwicklung. Wenn es um autoritäre, regierte Staaten gehe, empören sich deutsche Politiker zu Recht darüber, dass Menschen dort wegen eines Likes in den sozialen Medien verfolgt oder gar inhaftiert werden. Allerdings bewegt sich die Bundesrepublik längst selbst in diese Richtung. Ja, spicy. Also erstmal bin ich immer noch der felsenfesten Überzeugung, Abschiebungen funktionieren nicht, aber da stehe ich ja alleine. 94% oder 90% einer Umfrage hat ergeben, dass die deutsche Bevölkerung so um die 90% dafür ist, Leute, in diesem Zusammenhang irgendwo, ach, also immens hoch. Sehr viele Leute finden Abschiebungen sehr, sehr gut, obwohl sie schon seit Jahren halt nicht funktionieren. Okay, sollen die das denken, kann ich ja nicht ändern. Die Tatsache, womit ich ein riesiges Problem habe, ist, dass dieser Entwurf eine strafrechtliche Verurteilung nicht als erforderlich erachtet. Das ist fucking insane. Das ist crazy. Das ist wirklich verrückt. Wer das dann definiert, ist es ja anscheinend kein Gericht, was wie geliked wird und was nicht passt, weil es wird ja nicht verurteilt. Das ist, also das, das deutet sich an, dass das ein Problem werden könnte. Aber naja, Hauptsache Ausländer raus. Und das ist übrigens das, was ich sagte. Wir haben eine überparteiliche Bestrebung. Wir haben Robert Habeck, der halt sagt, ja gut, ich wünsche es wäre nicht so, aber wir haben da keine Opposition. Es gibt die Linke, die halt nicht relevant genug ist, um eine tatsächliche Opposition zu haben, aber wir haben keine Opposition, was das angeht. Die bewegen sich alle in eine Richtung. Alle. Sogar die Grünen. Die Grünen. Jetzt etwas, das eure Aufmerksamkeit erfordert. Habe ich etwas, das hier eine sehr große Relevanz hat? Finde ich. Weil das noch offen ist und man eventuell Leute erreicht, die als Zeugen aussagen können. No joke. 20-Jähriger stirbt an schweren Verletzungen nach Abiball in Nordrhein-Westfalen. Ein 20-Jähriger ist nach einer schweren Prügelattacke in nordrhein-westfälischen Bad Oienhausen seinen Verletzungen erlegen. Der junge Mann wurde am Dienstag, also am 25. Juni, für Hirntod erklärt. Seine Familie hatte sich entschieden, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden. Der 20-Jährige aus dem ostwestfälischen Minden war nach einem Abiball in Bad Oienhausen laut aktuellem Ermittlungsstand von zwei jungen Männern angegriffen worden, nachdem diese ihn und weitere Beteiligten in Streit geraten waren. Die Polizei in Bielefeld hat die Ermittlungen wegen vollendeten Totschlags aufgenommen. Der 20-Jährige soll gemeinsam mit einer insgesamt zehnköpfigen Gruppe zuvor einen Abiball einer Mindener Schule im Kurpark Bad Oienhausen besucht haben. Im Anschluss kam es zum Streit mit den zwei flüchtigen Tätern. Die Hintergründe sind unklar. Ein 19 Jahre alter Begleiter aus Porta Westphanica wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Familie hatte die lebenserhaltenden Maßnahmen für eine mögliche Organspende zunächst aufrechterhalten. Die am früheren Sonntagmorgen erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass sie einen unumkehrbaren Ausfall der gesamten Hirnfunktion zur Folge hatte. Die Tat löste größte Bestürzungen auf. Auf der Facebook-Seite des Vaters sammeln sich dutzende Beileidsbekundungen. Der Abiball, der in Bad Oienhausen seinen Abschluss gefeiert hat, hat zu Spenden für die Familie aufgerufen. Laut dem Westdeutschen Rundfunk sind dabei bereits mehr als 60.000 Euro zusammengekommen. Das Ratsgymnasium Minden hat in der Schule eine Trauerecke eingerichtet. Schülerinnen und Schüler haben zudem die Möglichkeit für Gespräche. Die Kriminalpolizei Bielefeld hat eine Mordkommission eingerichtet und bittet um Hinweise. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei den Tätern um etwa 20 Jahre alte Männer handeln, bekleidet mit Trainingsanzügen der Marke Anidas. Der Haupttäter soll Oberlippen und Kinnbart tragen, dazu eine neon-orangene Trainingsjacke. Er soll besonders stark auf das Opfer eingeschlagen haben. Das erst mal aus der Online-Rundschau hierfür, um den allgemeinen jetzigen Informationsstand zu haben. Da gibt es natürlich noch Updates dazu. Und jetzt habe ich eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Totschlag in Bayern-Eulenshausen. Und das ist jetzt relevant, das werde ich auch gleich verlinken, weil die natürlich immer noch Zeugen suchen. Und wenn ihr Leute irgendwie kennt, die da irgendwie unterwegs sind und die weiß ich nicht was, dann ist das ja auch relevant. Ich werde das hier gleich teilen, dann kann man da vielleicht irgendwas erfahren. Man weiß ja nicht, man weiß ja nicht. Die Polizei sucht da auf jeden Fall noch Zeugen. Im Kurpark in Bad Eulenshausen soll es zunächst zu Streitigkeiten zwischen den beiden Verletzten und einer Gruppe von etwa zehn unbekannten Männern gekommen sein. Dabei soll die Personengruppe auf die beiden eingeschlagen und eingetreten haben. Anschließend habe ein unbekannter Tatverdächtiger den 20-Jährigen, um den es hier geht, von der Gruppe weggezerrt und weiter körperlich auf ihn eingewirkt. Als Zeugen, die Polizeiverständigten, habe sich die Gruppe fußläufig in Richtung Innenstadt entfernt. Die Gruppe wird wie folgt beschrieben. Circa zehn Personen, männlich, südländisch, etwa 19 bis 20 Jahre alt, teilweise mit Trainingsanzügen der Marke Adidas bekleidet. Der unbekannte Tatverdächtige, welcher auf den 20-Jährigen Mindener einwirkte, kann wie folgt beschrieben werden. Männlich, südländisch, circa 20 Jahre alt, circa 1,76 groß, Oberlippenbart, Kinnbart, neonorangene Trainingsjacke der Marke Adidas. Die Verletzten wurden Krankenhäusern zugeführt und sind teils erheblich verletzt. Beim 20-Jährigen Mindener besteht aufgrund multipler schwerster Körperverletzung akute Lebensgefahr. Wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. Die Ermittlungen zur Körperverletzung und dem versuchten Totschlag in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung werden durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld zusammen mit der Mordkommission Palais, des Polizeipräsidiums Bielefeld, unter der Leitung von Markus Ickert durchgeführt. Im unmittelbaren Umfeld des Kurparks, also da soll das passiert sein, fanden zur Tatzeit größere Veranstaltungen statt. Die Polizei bittet darum, dass Personen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen können, sich bei der nahegelegenen Polizeidienststelle oder der Mordkommission Palais zu melden haben. Also wenn ihr da aus der Gegend kommt oder ihr wisst, ihr kennt Leute, die da unterwegs waren, die vielleicht was gesehen haben könnten, die sich da irgendwie, die da irgendwie unterwegs sind, dann auf jeden Fall Informationen, also das hier Verweiter geben oder wenn ihr selbst irgendwie da betroffen seid oder diejenigen seid, die ich meine, dann, ne, das sind Informationen, die da Ermittlungen da gerade helfen, denn das muss aufgeklärt werden. Das ist wichtig. Rechtspopulistische Wahlerfolge als Einschnitt. In einer Regierungserklärung hat sich Kanzler Scholz für mehr Zuversicht als Gegenmittel ausgesprochen. Auch auf innenpolitische Themen wie Etat und Bürgergeld ging er ein. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Ergebnis der Europawahlen mit einem erstarken rechtspopulistischer Parteien als Einschnitt bezeichnet. Vor den beiden anstehenden EU- und NATO-Gipfeln sagte der SPD-Politiker in einer Regierungserklärung im Bundestag, Es wirkt sich aus, dass so viele Krisen gleichzeitig Vertrauen und Sicherheitsgefühl infrage gestellt hätten. Dem müsse man sich stellen. In Deutschland und Europa müsse es wieder mehr Zuversicht geben. Wir müssen dort, wo Zuversicht fehle, sie neu begründen. Ein Zurück in die gute alte Zeit, die meistens nie so gut war, das wird es nicht geben. Man brauche stattdessen eine politische Perspektive. Warum oder worum es nicht gehe, sei ein Wettbewerb mit den Populisten und Extremisten. Es gehe um Antworten in der Sache. Deutschland sei eine offene Gesellschaft, die zusammenhalte. Besorgt äußere sich der Kanzler darüber, dass viele Menschen bei der Europawahl Parteien gewählt hätten, die EU und NATO infrage stellen. In Deutschland sei dies eine Partei, die gemeinsame Sache macht mit den Vorschlägen des russischen Präsidenten. Es ist natürlich die rechtsextreme AfD. Aber es würde eben auch drei von viel Wählerinnen und Wählern populistische und extremistische Kräfte nicht unterstützen. Den Boykott der Bundestagsrede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy vor zwei Wochen durch das Bündnis Sarah Wagenknechts und die rechtsextreme AfD kritisiert Scholz in seiner Rede scharf. Das war falsch. Das war feige und dieses Hauses unwürdig. Alle Parlamentarier des BSW und der rechtsextremen AfD bis auf vier Abgeordnete waren der Rede ferngeblieben. Scholz wies im Bundestag auch die von Putin gestellten Bedingungen für einen Waffenstillstand zurück. Zu denen der Verzicht der Ukraine auf die Halbinsel Krim und auf weite Teile der Ostukraine zählt. Zitat Wer glaubt, dass die Ukraine das überleben würde und dass daraus ein dauerhafter Frieden in Europa wird, der muss schon sehr viel Russia Today schauen, sagt er. Putin setzt weiter voll auf Krieg und Aufrüstung. Darüber darf niemand hinwegsehen. Was die Besetzung der wichtigen EU-Posten nach der Europawahl anbelangt, mahnte Scholz nach der Einigung zwischen konservativen Sozialdemokraten und Reparalen eine schnelle Umsetzung an. Zitat Wir dürfen uns keine Hängepartie in diesen schwierigen Zeiten leisten. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten keinen Streit um Posten, sondern schnelle Arbeit. Die drei Parteienfamilien hatten sich darauf verständigt, dass Ursula von der Leyen von der CDU-Kommissionspräsidentin bleiben und die liberale estnische Regierungschefin Kaya Callas den Posten der EU-Außenbeauftragten bekommen soll. Zum Präsidenten des Gremiums der Staats- und Regierungschefs soll der Sozialdemokrat und frühere portugiesische Regierungschef Antonio Costa gewählt werden. Das sind aus meiner Sicht gute Besetzungen und klare Entscheidungen für eine gute europäische Zukunft, sagte Scholz. Bei seiner teilweise sehr kämpferischen Rede ging Scholz auch auf innenpolitische Themen ein. So äußerte er sich überzeugt, dass sich die Bundesregierung in den kommenden Wochen auf einen Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 verständigen kann. Zitat, wir werden den Haushaltsentwurf im Juli vorlegen, sagte Scholz. Die Gespräche darüber seien sehr kollegial und sachorientiert. Zitat, dabei haben wir klare Prioritäten, unterstrich Scholz. Einschnitte bei der sozialen Gerechtigkeit, bei der Pflege oder Rente dürfe es nicht geben. Ursprünglich hatte sich Scholz, Vizekanzler Habeck und Christian Lindner einen Kabinettsbeschluss zum Haushalt 25 am 3. Juli vorgenommen. In Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung verwies der Kanzler auf das sogenannte Dynamisierungspaket, das mehr Wachstum bringen werde. Die Regierung werde deshalb ihre Investitionsoffensive fortführen. Auch sollen die Bedingungen für Arbeit attraktiver werden. Zitat, all das sind Dinge, die dazu gehören, dass wir diese Vorwärtsbewegungen hinbekommen. Um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, sollte es unter anderem bessere Bedingungen für Menschen geben, die im Rentenalter weiterarbeiten wollten. Außerdem deutet er Vereinfachung im Steuerrecht, Bürokratieabbau und verbesserte Abschieberegeln an. Toll. Der Kanzler ging auch auf Forderungen nach Reformen im Bürgergeld ein. Es könne nicht angehen und akzeptiert werden, dass einige Bürgergeld bekämen und zugleich schwarzarbeiten. Die Regierung werde gesetzlich dafür sorgen, damit das nicht passiert. So, das ist die Regierungserklärung. Da kann man jetzt erstmal halten, was man will. Hauptsache Olaf Scholz äußert sich überhaupt und lässt das Feld nicht irgendwelchen anderen Leuten. Damit habe ich eigentlich schon alles, was ich will. Überschrift ist, wenn Ausländer-Rausstimmung normal wird. Im Job zurückgesetzt, die Wohnung nicht bekommen und das wegen der Hautfarbe, Alter oder Geschlecht. Noch nie haben sich so viele Menschen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gemeldet, wie im vergangenen Jahr. Die Zahl ist ein Rekordwert in der bundesdeutschen Geschichte. Aber eben nicht nur Anlass zum Alarm. Im vergangenen Jahr wurden der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 10.772 Fälle gemeldet, in denen Menschen sich über Diskriminierung bei der Arbeit beschwert haben, über Benachteiligung ihrer Herkunft, wegen ihres Alters oder Geschlechts oder aus anderen Gründen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein erheblicher Anstieg um 22%. Der Jahresbericht 2023 der Antidiskriminierungsstelle, den die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Attermann, am Dienstag in Berlin stellte, zeigt aber auch, immer mehr Menschen setzen sich aktiv gegen Benachteiligungen zur Wehr. Worüber haben sich die Menschen denn beschwert? Die meisten Anfragen betrafen rund 3.400 Fälle rassistischer Diskriminierung, Antisemitismus oder Benachteiligung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit. Sie machten 41% aller Anfragen aus, die sich bei Beratungsstellen in ganz Deutschland gestellt haben. An zweiter Stelle folgten mit gut 2.000 Fällen von Benachteiligungen wegen einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit. Sie machten ein Viertel der Diskriminierungsverfahren aus. Es folgte Zurücksetzung wegen des Geschlechts oder der Geschlechtsidentität. 14% der Betroffenen gaben Benachteiligungen wegen ihres Alters an. Sind die Zahlen denn ein steiler Anstieg? Ja. Und die Zahl der Beschwerdefälle wächst seit Jahren kontinuierlich weiter. In den vergangenen 5 Jahren haben sie sich mehr als verdoppelt. Attermann nannte den Trend alarmierend. Mehr Menschen als je zuvor kommen die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung und Radikalisierung unmittelbar zu spüren, sagt sie. Ausländer-Rausstimmung und Menschenverachtensein normal geworden in Deutschland, nicht nur beim Feiern auf Sylt. Das größte Problem für Betroffene sei die Alltagsdiskriminierung, mal bei der Wohnungs- oder Jobsuche, aber beispielsweise auch bei Arztbesuchen. Wie steht es denn bei den Benachteiligten im Arbeitsleben? Sie macht nach dem Jahresbericht 2023 mit mehr als 2600 Fällenden den größten Teil der gemeldeten Diskriminierungserfahrung aus. Auf Platz 2 folgte mit mehr als 1500 Fällen der Lebensbereich, private Dienstleistungen und Zugang zu Gütern. Rechnet man hier noch Diskriminierungsvorfälle auf dem Wohnungsmarkt hinzu, dann betrifft fast ein Viertel der Anfragen den privatrechtlichen Geschäftsverkehr. Wer bestimmt eigentlich, was Diskriminierung ist? Benachteiligungen sind in Deutschland verboten und wird nicht nur im Grundgesetz, sondern auch im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz definiert. In § 1 heißt es, Zitat, Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechtes, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Wie wirken denn die Meldungen? Mit einer Meldung ist eine Benachteiligung natürlich noch nicht behoben. Immerhin nennt das AGG konkrete Merkmale von Diskriminierung. Sie sind erfüllt, steigen die Chancen von Betroffenen bei einer Klage. Diese müssten sie selbst anstrengen. Zitat, eine starke Art Diskriminierungsschutz schafft verbindliche Regeln, sagte Attermann. Allerdings deckt das Gesetz keineswegs jede Benachteiligung ab. Zitat, der Diskriminierungsschutz im AGG gilt nicht bei Ämtern und Behörden an Schulen, Universitäten, bei der Polizei oder Justiz. Mit anderen Worten, das AGG schützt vor rassistischer Diskriminierung im Supermarkt, aber nicht im Jobcenter. Da überrichtet sich ein Fünftel der Beschwerden, die ihr Haus erreicht, gegen Ämter, Polizei oder Justiz. Wie sieht es denn in anderen EU-Ländern aus? Deutschland habe eines der schwächsten Antidiskriminierungsgesetze Europas. Es sei veraltet und erst 2006 zustande gekommen. Auf Druck aus Brüssel. Also weil die EU das gefordert hat. In Frankreich etwa gelte der Sozialstatus von Menschen als mögliches Merkmal für Diskriminierung. Etwa wenn eine Person eine Wohnung nicht bekommt, weil sie auf staatliche Stütze angewiesen ist. In Belgien gelte ähnliches. Für Deutschland habe ein Gutachten Auftrag gegeben, wie eine entsprechende Reform rechtssicher umsetzbar sei. Wenn man denn wolle. So Attermann. Es gibt leider keine Lobby für die Schwachen. Es gibt kein gewinnorientiertes Unternehmen, keine Gruppe von gigantischen Kapitalisten und Konglomeraten, die sich für Arbeitslose, Schwache, Menschen mit schlechtem Status, Abgehängte einsetzt. Diese haben keine Lobby. Und darum ist es natürlich sehr, sehr schwierig, da politisch Druck auszuüben. Tendenziell bewegt sich das. Und das sehen wir ja anhand der, nun sagen wir mal, Politik und politischen Entwicklungen. Gerade wenn man so nach Bürgergeld guckt. Also schaut mal, wie der Umgang mit Menschen, die Bürgergeld bekommen ist. Schaut man sich das an, dann hat man eher den Eindruck, dass sich das in eine andere Richtung bewegt. Die Fördermittelaffäre beschäftigt den Bundestag. Stark-Watzinger muss Rede und Antwort stehen. Bildungsministerin Stark-Watzinger muss zur Fördermittelaffäre öffentlich Fragen beantworten, im Bildungsausschuss und bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Es könnte ziemlich unangenehm werden. Ich hoffe, es wird unangenehm. Arne Semsrott von der Initiative Frag den Staat sieht schwarz für Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Zitat, Ich glaube nicht, dass mit Wissen über diese Vorgänge die Ministerin noch zu halten ist. Weil klar ist, das Ministerium ist schon einen sehr brisanten Weg gegangen. Und die Ministerin hat es nicht gestoppt, mein Semsrott. Frag den Staat, ist ein Portal für Informationsfreiheit. Arne Semsrott hat schon am 17. Mai nach dem Informationsfreiheitsgesetz sämtliche Kommunikationen rund um den Vorgang der Fördermittelaffäre angefordert. Sie liegt ihm seit Montag vor. Zur Erinnerung, worum es eigentlich geht. Wir haben darüber ja auch schon gelesen. Nachdem an der Freien Universität Berlin Anfang Mai ein pro-palästinensisches Protestcamp von der Polizei geräumt worden war, hatten Lehrende des Vorgehens in einem offenen Brief kritisiert. Daraufhin sollte im Ministerium überprüft werden, wer diesen Brief unterzeichnet hatte und wer Fördergeld aus dem Ministerium bekam. Aus der Anfrage von Frag den Staat geht nun hervor, dass diese Liste schon am 10. Mai beauftragt wurde. Zwei Tage, nachdem sich Stark-Watzinger gegen die Unterzeichner des offenen Briefs in welchem Schmutzblatt in der Bild positioniert hatte. Staatssekretärin Döring war nicht involviert. Sie beauftragte, das hat das Bildungsministerium dem ARD-Hauptstadtstudio auf eine schriftliche Anfange hin bestätigt, erst am 13. Mai telefonisch eine rechtliche Prüfung. Döring stellt schnell klar, auch das hat das Ministerium bestätigt, dass damit keine förderrechtliche Prüfung gemeint gewesen sei. Von außen wirkt es nun etwas erstaunlich, dass nach einem zügigen, richtigstellten Missverständnis das Vertrauensverhältnis so beschädigt sein soll, dass man die Staatssekretärin feuern musste. Oder ist doch ein Bauernopfer wie Karin Prien, Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein, die das in Social Median vermutet hatte. Also ich vermute das auch, das habe ich offenbar ausgesprochen. Dass die Staatssekretärin da entlassen wird oder in den voreiligen Ruhestand gezogen wird, das liegt ganz einfach daran, dass Stark-Watzinger einen Bauernopfer brauchte, um dann irgendwen wegzudrücken. Politiker und Wissenschaftler sind jedenfalls misstrauisch. Grün-Chefin Ricarda Lang findet, man merke, dass diese Affäre einen großen Vertrauensverlust zwischen Wissenschaft und Politik herbeigeführt hat. Dieses Vertrauen muss wieder aufgebaut werden und das sehe ich durchaus als Aufgabe der Ministerin. Und auch Walter Rosenthal vom traditionell zurückhaltenden Hochschulrektorin-Konferenz HRK meint, die Atmosphäre zwischen der Wissenschaft und Ministerin Stark-Watzinger ist aktuell sehr angespannt. Wir benötigen dringend direkte Gespräche, müssen mehr miteinander als übereinander reden, um neues Vertrauen zu bilden. Es ist geplant, dass solche Gespräche bald stattfinden. Aufgabe von Stark-Watzinger ist es zunächst, Antworten zu liefern. Heute muss sie sich bei gleich zwei öffentlichen Auftritten unangenehmen Fragen stellen. Uh, unangenehme Fragen. Zunächst im Bundestagsausschuss für Bildung und Forschung. Bildungspolitikerin Nicole Gohlke von den Linken meint, Zitat, wenn die Ministerin nicht in der Lage ist, sich für den Umgang mit den Lehrenden zu entschuldigen, die diskreditiert wurden, dann ist sie nicht zu halten. Nach dem Bildungsausschuss muss Stark-Watzinger beim gesamten Bundestag bei einer Regierungsbefragung Rede und Antwort stehen. Bei vergangenen Befragungen der Ministerin war das Interesse der Abgeordneten überschaubar. Doch die Situation hat sich merklich geändert. Stark-Watzinger muss mit bohrenden Fragen und kritischem Nachhaken zur Fördergeldaffäre rechnen. Zu viele Aspekte sind weiterhin offen. Ob die Bildungsministerin die Frage souverän beantwortet oder wie gelassen sie auftritt. Davon könnte ihre Zukunft abhängen. Der Druck auf Stark-Watzinger ist hoch. Inzwischen hat sie eine Art Offensive gestartet. In der Frankfurter Allgemeinen erwägt sie, eine Antisemitismus-Klausel bei wissenschaftlichen Förderanträgen einzuführen. Die Debatte darüber solle in der Wissenschaft geführt werden. Denn Judenfeindlichkeit dürfe niemals mit Steuergeld gefördert werden. Man muss hier mal ganz kurz vor Augen halten, was die da sagt und was tatsächlich passiert ist. Eine Unterschriftensammlung von Professoren hat sich für die Protestfreiheit seiner Studenten stark gemacht. Die haben nicht Antisemitismus gefördert oder Judenfeindlichkeit supportet. Die haben gesagt, Studierende haben das Recht, den Campus zu besetzen. Und deswegen ist die Frau halt komplett, ich will nicht sagen durchgedreht, aber hat halt diesen kritischen Kommentar bei der Bild abgegeben. Und dann redet sie sich jetzt so heraus. Also das ist wirklich vollkommener Humbug. Vollkommener Humbug. Aber das werden wir sehen, wie die Ergebnisse dieser Befragung dann aussehen. Im besten Fall wird sie abgesägt oder muss zurücktreten oder tritt zurück, weil das geht ja wohl gar nicht. Fehlende Autobahn-Milliarde offenbar gefunden. Bei der Bahn. Im Verkehrshaushalt fehlt Geld für die Sanierung der maroden Infrastruktur. Nun scheint es im Ministerium einen Plan zu geben. Doch der sorgt für viel Wirbel. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute? Das Bundesverkehrsministerium unter der Leitung von Volker Wissing, ihr wisst es, hat offenbar die fehlende Autobahn-Milliarde gefunden, die es braucht, um den Erhalt und die Sanierung der maroden Fernstraßen und Brücken im Jahr 2025 zu bezahlen. Die schlechte Nachricht? Sie scheinen dort fündig geworden zu sein, wo es die Investition mindestens genauso dringend braucht. Bei der Bahn. So berichten es mehrere mit dem Etatverhandlung vertraute Personen gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Das Ministerium will sich auf Anfrage dazu nicht äußern. Hm. Dem Vernehmen nach erwägt das Haus von Volker Wissing von der FDP, das Haushaltsloch der Autobahn GmbH zu stopfen, indem es einfach umschichtet von der Schiene zur Straße. Es soll um einen Betrag von etwa eine Milliarde Euro gehen. Ursprünglich sollte das Autobahn-Budget von 6,29 auf 4,99 Milliarden Euro zusammenschrubfen. Die zusätzliche Milliarde sei notwendig gewesen, da beträchtliche Mittel bereits für länger geplante Neubau-Vorgaben gebunden sind und deswegen ohne Anpassung im Haushalt ausgerechnet beim Erhalt gespart werden müssen. Unfassbar, dass wir noch neue Autobahnen bauen, Bruder. What the fuck? Künftig soll es bei der Vergabe von Straßenneubauten einen Stopp geben. Erhalt vor Neubau kommt endlich auch bei der Straße an. Unser Straßennetz ist so groß, dass wir schon heute kaum die bestehenden Straßen in Stand halten können, sagt die grünen Abgeordneten und Haushaltspolitikern Paula Pichotta. Die Lücken bei den Mitteln für den Erhalt von wichtigen Straßen im Haushalt müssen gefüllt werden, aber eben nicht auf Kosten des Erhalts der Schiene. Damit die Milliarde bei der Bahn kurzfristig nicht fehlt, will das Ministerium dem Vernehmen nach auf einen Trick zurückgreifen. Die Bundesregierung soll das Eigenkapital der Deutschen Bahn einfach schneller erhöhen. Ich weiß das nicht. Oh Gott. Ein Trick. Der Bund hat dem Staatskonzept Der Bund hat dem Staatskonzern bis 2029 eine Eigenkapitalerhöhung von in Höhe von 20 Milliarden Euro zugesichert, die jedoch in vielen Tranchen ausgezahlt wird. Ein Teil der eigentlich erst für die späteren 20er Jahre eingeplanten Kapitalspritze soll nun vorgezogen werden. Das bestätigen auch Bahnkreise. Also Schulden aufnehmen, das geht nicht. Aber Eigenkapitalerhöhung vorziehen, weil man das Geld gerade nicht hat und es irgendwo herkommen muss. Das geht dann schon. Ich muss, ich meine, das muss ja, es, also, ich habe da auch keine Worte für, ich weiß es nicht. Dieses Vorgehen würde kurzfristig ein Problem lösen. Der Bund könnte sowohl in die Straße als auch in die Schiene im notwendigen Umfang investieren. Gleichzeitig würde sich das Gewicht im Verkehrsetat jedoch maßgeblich zugunsten der Straßen verlagern. Dabei hatte die Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgehalten, Zitat, erheblich mehr in die Schiene als in die Straße zu investieren. Um dem Vernehmen nach ist die Unterfinanzierung der Schiene sogar noch deutlich größer als die der Straße. Ein weiterer Nachteil, die Milliarde, die von der Schiene auf die Straße übergelegt werden, würde, wäre aus Sicht der Deutschen Bahn erst einmal weg. Oder anders gesagt, sie würde hinten raus fehlen, weil das Eigenkapital ja nicht erhöht, sondern nur umgeschichtet würde. Das wird eine denkbare Aufgabe für die nächste Bundesregierung, heißt es aus dem Konzern. Schließlich war die Eigenkapitalerhöhung für die Deutsche Bahn vom Bund aus zusätzliche Finanzspritze zu parallel steigenden Haushaltsmitteln gedacht, vor allem angesichts der maroden Infrastruktur, die es in den kommenden Jahren zu erneuern gibt. Eine Frage, die Bundesverkehrsminister Wissing dann gemeinsam mit seinem Parteichef und Finanzminister Christian Lindner von der FDP klären muss. Wie wollen sie die insgesamt 45 Milliarden Euro beschaffen, die es laut Deutscher Bahn bis 2030 braucht, um die verkehrspolitischen Ziele der Bundesregierung überhaupt erreichen zu können? Bislang sind davon nicht einmal 30 Milliarden Euro gesichert. Wenn nun eine weitere, eigentlich fest eingeplante Milliarde zur Disposition stehende, würde eine Sanierung des Schienennetzes und eine Verlagerung des Personen- und Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene nicht gerade einfacher. Ganz im Gegenteil. Oder ich hasse einfach, ich meine, ich verachte Volker Wissing natürlich, ich verachte die FDP, aber das ist so ein Are you kidding me? Warum zur, also warum wird denn Geld umgeschichtet für einen mutmaßlichen Neubau? Die zusätzliche Milliarde steht hier, sei notwendig, da beträchtliche Mittel bereits für längere geplante Neubau-Vorgaben gewohnt sind. Ey, kann man da nicht einfach sagen, lass uns bitte keine Straßen mehr neu bauen, was ist denn da los? Oh, ich krieg dann zu viel. Meine Güte, ei, 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 ei. Kurzfristige Lösung, wie nimmst der Schiene weg? Oh mein Gott. Mehr habe ich dazu zu all dem tatsächlich nicht gefunden. Reicht ja auch, ne? Es ist sehr viel. weg ... Jahrh ayuden ... Übermag ... к 1 Euro